hallo willkommen zu meinem Büro Adventskalender heute ist der 6. Dezember Nikolaus und da sieht man schon hier das Paket ein schönes großes Paket was könnte das sein ja und das werden wir jetzt gleich sehen viel spaß damit hallo willkommen zu diesem neuen feuerwerks Adventskalender Video von mir heute ist der 6. Nikolaus der 6. Dezember nein heute ist der 1. Januar um 5.40 Uhr früh und jetzt kommt ein Auto und ja also was haben wir heute als extra dabei zum Nikolaustag wir haben schon wieder mal zwei Moskitos und ein Luftheuler das ist sehr gut und die heutige ohne Hände aufgemachte ohne besser aufgemachte Batterie ist ich weiß nicht mal das ist die Copernicus ja ich finde die auch ganz gut für Netto äh äh von dem Aldi meine Güte ey ich habe ein halbes Bier getrunken sonst überhaupt nichts ja dann viel Spaß noch also ich ich zünde das jetzt an das ganze Zeug so einmal das ist schon ein Moskito der ging ab wie er soll so einmal ein hey warum geht die Teile nicht das ist übrigens mein Adventskalender der Lagerfeuer was gerade hier abfällt ja und da mache ich jetzt den Funkeluftheuler mal dort rein der ist nicht angegangen ja ja gerade eben als die Kamera raus war ist er durchgezündet ähm jetzt versuche ich nochmal den Aua den anderen Moskito der flog so auf geht's mit der Copernicus die ist ungefähr wie die Uranus Van Gogh nur bisschen mehr Verleger von 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 Ja, also ich Maxi und dann bis morgen zum neuen Pyro Adventskalendertürchen.